Joghurt, eine Tasse Kaffee und frischer Orangensaft, das ist es wahrscheinlich woran die meisten Leute bei einem perfekten Frühstück denken. Leider sind nicht alle Lebensmittel gut für den Körper, wenn du sie auf leeren Magen zu dir nimmst. Möchtest du wissen, was morgens am gesündesten ist? Dann viel Spaß bei unseren 20 Tipps für ein gesundes Frühstück. Fast jeder wünscht sich frischgebackene Croissants zum Frühstück. Allerdings sind Mürbe und Blätterteig nicht gerade die beste erste Mahlzeit des Tages. Diese Lebensmittel enthalten Hefe und reizen daher die Magenschleimhaut, was zu Blähungen führen kann. Entscheide dich statt Buttergepäck lieber für Vollkornbrot ohne Hefe. Die beste Tageszeit dafür ist tatsächlich früh am Morgen. Die in diesem Brot enthaltenen Kohlenhydrate sowie weitere nützliche Nährstoffe sind nämlich äußerst nützlich für deinen Körper. Das zweite, was du früher am Morgen vermeiden solltest, ist Süßes. Zucker steigert den Insulinwert, der wiederum die Belastung der Bauchspeicheldrüse erhöht, die genau wie du gerade erst aufgewacht ist. Und das kann irgendwann zu Diabetes führen. Ersetze die Süßigkeiten lieber mit Honig. Der hilft dabei, deinen Körper morgens aufzuwecken und liefert deinem Kreislauf Kraft und Energie. Porni steigert auch die Gehirnaktivität und erhöht den Wert des Gute-Laune-Hormons Serotonin. Weiter zum nächsten gefährlichen Lebensmittel am Morgen. Joghurt. Das mag seltsam klingen, aber wenn du Joghurt und andere vergorene Milchprodukte zum Frühstück isst, hast du nur wenige Vorteile für deinen Körper. Wenn du diese nämlich auf leeren Mangel zu dir nimmst, dann beseitigt die im Magen produzierte Salzsäure die Milchsäurebakterie. Isst lieber Eier anstelle des Joghurts. Denn Studien zeigen, dass Eier zum Frühstück deine tägliche Kalorienaufnahme deutlich reduzieren können. Machen wir weiter mit Birnen. Im Allgemeinen sind sie sehr gut für deinen Körper, aber zum Frühstück solltest du sie unbedingt vermeiden. Unausgebrochene Ballaststoffe in Birnen können die empfindliche Schleimhaut des Magens verletzen. Weißt du, was viel besser für deinen leeren Magen ist? Wassermelone. Wassermelonen am Morgen liefern dir ein hohes Maß an Flüssigkeit. Darüber hinaus ist sie dank hoher Neuzipinwerte gut für deine Augen und dein Herz. Auch Tomaten haben nicht so viele Vorteile als Frühstück, wie man glauben mag. Sie enthalten sehr viel Tannin oder Gerbsäure, die den Säuregehalt im Magen deutlich erhöht. Die Folgen können Magenschwüre sein. Um Energie für den ganzen Tag zu haben, hebt dir die Tomaten einfach fürs Mittagessen auf und schnappt dir einen Teller Haferbrei zum Frühstück. Der hilft dabei, Toxine und Schwermetalle zu entfernen, normalisiert die Darmflora und verschafft dir für lange Zeit Anseitigungsgefühl. Du magst glauben, dass rohes Gemüse das gesündeste Nahrungsmittel auf der Welt ist. Und das stimmt zum Teil auch. Allerdings sind Gurken und andere grüne Gemüsesorten reich an Aminosäuren und können daher Sodbrennen, Blähungen und Unterleibsschmerzen auslösen, besonders wenn sie auf leeren Magen gegessen werden. Meide sie früh am Morgen, aber mach auch sie zum Bestandteil deines Mittagessens. Tatsächlich weiß man inzwischen, dass Buchweizen eines der gesündesten Lebensmittel der Welt ist. Es bringt sachte dein Verdauungssystem in Gang und ist außerdem ein hervorragender Lieferant von Protein, Eisen und Vitaminen. Das siebte Lebensmittel auf der Liste sind Bananen. Wenn du Bananen isst, obwohl dein Magen noch leer ist, wird das zu einer schlagartigen Erhöhung des Magnesium-Gehaltes im Blut, was wiederum schlecht für dein Herz sein kann. Daher ist es besser, Haferflocken zu dir zu nehmen. Diese schaffen einen Schutzbelag um die Magenschleimhaut, das verhindert, dass Salzsäure die Magenwände schädigt. Haferflocken enthalten auch leicht lösliche Ballaststoffe, die den Cholesterinspiegel in deinem Körper senken können. Scharfes Essen kann die Magenschleimhaut beschädigen oder reizen und steigert die Säureproduktion in deinem Magen. Das trägt zu vielen möglichen Störungen der Verdauung bei. Vermeide daher jegliches scharfes Essen am Morgen. Was hingegen sehr gut für deinen Körper ist, ist Weizenkeim. Zwei Esslöffel davon versorgen dich bereits mit gut 15% der empfohlenen Tagesmenge an Vitamin E und 10% der Tagesmenge an Folsäure. Weizenkeim trägt außerdem zu einer reibungslosen Verdauung bei. Kalte kohlensäurehaltige Getränke sind generell nicht unbedingt das Beste für deinen Körper, erst recht nicht auf leeren Magen. Sie morgens zu trinken kann deine Magenschleimhaut angreifen sowie die Blutversorgung des Magens reduzieren. In der Folge wird Essen langsamer verdaut. Um deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, gönn dir Nüsse zum Frühstück. Früh am Tag können diese deine Verdauung verbessern sowie den pH-Gehalt des Magens normalisieren. Der letzte und vielleicht überraschendste Tipp lautet, keinen Orangensaft mehr am Morgen. Zitrusfrüchte sind reich an Fruchtsäuren. Wenn man sie auf leeren Magen isst, können sie Sodbrennen auslösen und die Risiken einer Gastritis oder sogar eines Magenschwüres erhöhen. Setze stattdessen auf Blaubeeren auf deiner morgendlichen Speisekarte. Einer aktuellen Studie zufolge kann der regelmäßige Konsum dieser Bären dein Gedächtnis verbessern, sowie Blutdruck und Stoffwechsel regulieren, besonders wenn man sie zum Frühstück isst. Haben wir in unserer Liste etwas vergessen, das du selbst kennst? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Klicke außerdem auf den Daumen nach oben und auf Abonnieren, um als erster unsere Updates zu bekommen.